Das ist Frau Giger. Sie ist Unternehmerin. Sie möchte die optimale berufliche Altersvorsorge für ihr Unternehmen finden. Aus guten Gründen. Denn auf der einen Seite hat die Ausgestaltung der beruflichen Altersvorsorge Auswirkungen auf die indirekten Lohnkosten und somit auf die Profitabilität des Unternehmens. Andererseits ist eine attraktive Vorsorgelösung ein Wettbewerbsvorteil im Kampf um begehrte Fachkräfte. Gemeinsam mit ihrem UBS-Berater schaut sich Frau Giger die drei Optionen an, die Unternehmen für die berufliche Vorsorge zur Verfügung stehen. Die erste Option ist die eigene Pensionskasse. Das Unternehmen hat hier die volle Autonomie bei der Ausgestaltung der Leistungs- und Anlageseite. Die eigene Anlagestrategie bestimmt die Risiken und Ertragsmöglichkeiten. Allerdings ist bei dieser Option Know-how gefragt. Zudem ist der administrative Aufwand vergleichsweise hoch. Auch besteht die Gefahr einer Unterdeckung. Diese muss dann mit eigenen Mitteln und Maßnahmen ausgeglichen werden. Die zweite Option ist der Anschluss an eine Sammel- oder Gemeinschaftseinrichtung. Sie zeichnet sich durch transparente Kosten und Flexibilität bei wichtigen Entscheidungen aus. So zum Beispiel bei der Wahl der Anlagestrategie. Zudem bietet dieses Modell Chancen auf langfristig höhere Renditen sowie eine bessere Risikoverteilung. Schwankungen auf den Kapitalmärkten können allerdings Sanierungsmaßnahmen erfordern. Die Vielfalt an Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen mit unterschiedlichen Leistungsangeboten erschweren die Vergleichbarkeit und somit die Wahl der optimalen Lösung. Die letzte Option ist die Vollversicherung. Diese Lösung garantiert alle vertraglich vereinbarten Vorsorgeleistungen. Sie bietet zudem eine administrative Entlastung, da Aufgaben vollständig delegiert werden können. Die Autonomie ist jedoch sehr gering und die gewährten Garantien haben ihren Preis. Frau Giger hat nun einen guten Überblick. Dank der Unterstützung durch ihren UBS-Berater kann sie sich jetzt für eines der Vorsorgemodelle entscheiden. Und wie möchten Sie die berufliche Altersvorsorge für Ihr Unternehmen gestalten? Machen Sie es wie Frau Giger und kontaktieren Sie noch heute UBS. Unsere Berater helfen Ihnen gerne bei der Wahl der optimalen Lösung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017